herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und nachdem ja gestern das erste größere lego technik set das ich hier vorgestellt habe nämlich der mustang so wahnsinnig gut ankam dachte ich mir mensch da hau ich noch eigentlich hinterher und habe mir auch noch den formula e porsche 99x electric geholt sprich also ein leihenhaft gesagt das formel 1 auto für die formula e also da wo es elektrisch zugeht und wie lego selber sagt ein tolles geschenk für porsche liebhaber ja dann gucken wir mal was hier den porsche liebhaber hinterm ofen mehr vorlocken soll nämlich 422 teile das sind über 100 teile weniger als der wie finde schon deutlich überteuerte mustang von gestern aber gleicher preis immerhin auch zwei pullback motoren das ganze jetzt erschienen anfang 2022 ich habe es gekauft und dazu gehörte auch dieser schöne form schöne und sicherlich bei vielen begeisterung auslösende stickerbogen den wir da gerade eben sahen ja das ganze stecken wir zusammen innerhalb von einer knappen stunde und haben dann vielleicht ein paar minuten drüber je nachdem technik braucht ja immer ein bisschen dann haben wir das hier nämlich einen formula e wagen in der länge 31 cm so gucken wir doch mal wenn man das original sich anguckt dann sieht man ein paar überschneidung tatsächlich dieses cockpit da mit diesem geschwungenen was wir das gleich genauer ansehen gibt es da auch dafür ist die schnauze irgendwie nur bedingt passend also da ist ja diese flache platte vorne die da so runter ragt die ist im original eher spitz da hinten das was ich da gerade gewackelt habe das ist wieder der auslöser für die zwei pullback motoren es ist die gleiche technik wie beim mustang drin also da werden wir gleich sehen da unten sehen wir auch schon dieses bräunliche teil was dann den stopper macht wenn denn hier gedreht wird und der motor angespannt wird ja da sehen wir noch mal die ganzen sticker und die sind authentisch mehr oder weniger die sind auch auf dem 2009 10er modell auf dem dieses modell hier beruht wir sehen der blaue pins ja man ist kann sie nicht übersehen dann ein bisschen eher was beiges wieder blau ja und das sei ja dieses cockpit dieses geschwungene was ja auch so gespannt ist mit diesem flexiblen stick den wir hier bei lego haben der ist hier drin und neu oder so oft glaube ich noch nicht eingesetzt ist dieses formula one oder dieses formel 1 lenkrad das ist cool das ist mal kein sticker das sieht auch wirklich aus wie so ein richtiges lenkrad aus dem formel 1 wagen der ist nett kann man nicht drehen hat keine funktion aber sieht gut aus dann kann man da sitzen einer zumindest sieht man das blaue dahinter nicht viel vodafone werbung das war beim original auch wir haben hier diese flügel hinten ja alles so wie es auch tatsächlich mehr oder weniger beim original so ist gerade die farbgebung mit diesem rot schwarzen vorne weiß dass es dort auch und auch diese ausladenden teile hier die ich nicht wirklich bezeichnen kann die sind aber beim original auf den bildern auch sicherlich der ein oder andere fan wird sagen können was das ist und da hinten da war der auslöser den man natürlich auch in diesem fall mit dem fuß bedienen kann im gegensatz zum mustang kann man hier nichts umbauen der ist immer dran fällt aber hier finde ich nicht ganz so auf also so gesehen ist auch okay dass der jetzt nicht umgebaut werden kann oder muss hier sehen wir jetzt da werden die zwei pullback motoren gespannt links und rechts sind die dann wird gehalten hier durch diese dieses diesen technik dieses technik teil und wenn ich hier drücke oben also sprich mit dem fuß drauf treten würde zum beispiel mit der hand drücke dann löst sich diese sperre dieses braune teil hat freie fahrt und gibt die räder frei und wie auch schon bei mustang das ist genauso saust er ganz ordentlich ab also der spiel spaß ist dafür durchaus da ja ihr könnt es nochmal hier sehen ich versuche das ding gleich mal geschickt wieder bevor es mir vom teller fällt hier vom tisch auch zu fangen achtung gelingt es mir ja es ist ja spektakulär aber wir gucken jetzt gleich das ganze auch noch mal auf dem boden an allerdings einmal noch mal den vergleich mit dem mustang ja der mustang ist wenige zentimeter kürzer hat aber deutlich mehr teile ich sagte ja über 100 teile mehr 122 glaube ich sind es ungefähr gleicher preis hier bei dem formula e wagen fallen finde ich diese farblichen unterschiede der sticker nicht ganz so auf das ist besser als bei dem grünen aber auch da gibt es leichte abweichungen nichts ist trotzdem sogar noch mehr sticker immerhin sieht man dem schon irgendwie seine herkunft an bei dem mustang muss man da schon auf die sticker genauer achten so das fangnetz ist gespannt wir können auch den wagen gespannt da hinstellen und die spannung steigt wir drücken hinten und abgeht die wilde fahrt jo siehst du also ganz ordentlich dahinten hat er sogar halb abgehoben ich habe hier mal aus der stanz serie so ein kleines hindernis aufgebaut und wir gucken mal kommt da drüber spektakuläre slow motion und das ganze jetzt noch mal ohne slow mo noch mal zack jo also man kann da durchaus ein bisschen spaß mit haben und das ganze ein bisschen ausprobieren nur und das ist wahrscheinlich einfach das große manko an diesem auto da kommen wir nachher noch mal beim fahrrad zieht zu es ist dafür einfach zu teuer für ein einfaches pullback auto so spaßig das sein kann wir gucken jetzt aber mal ich habe es ja versprochen gestern noch mal intensiver auf die app und wir haben jetzt den eindruck von der app aus also sprich ich habe hier den bildschirm mit gefilmt und als erstes nachdem wir das auto gewählt haben nämlich jetzt diesen wagen wo auch die spielchen ein bisschen anders sind und auch das setting also das ist nicht das gleiche haben wir jetzt wieder hier auf dem fußboden dann so ein spielbereich gesetzt hier setzt man nicht start und stopp sondern er baut da selber dann so ein feld auf und jetzt haben wir hier zum beispiel so ein zelt plötzlich bei mir im zimmer auch lustig also das ist virtuell dahin gesetzt das habe ich da nicht hingebaut und auch so kleine abweiser da ja und dann diese anzeige und das ist finde ich sogar ein ganz lustiges kleines spielchen man muss nämlich den wagen aufziehen und zwar nur so viel dass er genau bei möglichst in 100 prozent landet das was ich jetzt hier gemacht habe nämlich einfach mal volldampf geben war quatsch abgesehen davon war es auch quatsch weil ich nämlich nicht in die startzone gesetzt aber da unten rechts sehen wir da blinkt bei mir auf dem teppich so ein rechteck genau da muss ich nämlich reinsetzen so nächster versuch technisch funktioniert das eigentlich ganz gut gab sogar ein pfeil wo ich hingehen muss okay siehst du ich kann hier durch das zimmer laufen und sehe immer noch überall je nachdem wo ich das handy hin halte diese markierung auf dem boden als wenn die da fest wären sind sie natürlich nicht also jetzt habe ich nur einmal gezogen mal schauen jetzt ist auch in der richtigen startaufstellung drücken wir mal und gucken mal ob es klappt ja da einmal bitte applaus und respekt gezollt da ja da wird's grün 100 prozent einfach mal da würde sich auch mein sowie drüber freuen mal wieder 100 prozent zu haben aber wir können auch rennen fahren was natürlich wieder da das ding ja nicht steuerbar ist er so eine eingeschränkte sache ist da kann man da mal so ein bisschen mit der positionierung arbeiten so da haben jetzt die rennstrecke aufgebaut da gibt es nachher auch kurven wenn wir sehen das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden wie das denn gemacht werden soll also man kann da irgendwie so ein bisschen was machen bisschen war tunen aber im zweifel aller tage geht es vor allem darum möglichst schnell die strecke dann passiert sagen guck mal jetzt kann ich hier zum beispiel auch wieder zu den zuschauern gehen die da einfach mal plötzlich sich materialisiert haben haben sie ja nicht sind dann nur im bildschirm zu sehen es bleibt dabei technisch faszinierend das ist jetzt aber nicht auch das verdienst von lego sondern das machen die handy betriebssysteme inzwischen dass sie das so wunderschön da einbauen können aber grundsätzlich schon eine coole sache eben wenn man das richtige equipment hat entsprechend teuer und wenn man eben paar minütchen auch dafür zeit hat das ist eben auch nix glaube ich zumindest was ein wirklich abendfüllend beschäftigt so komm siehst du 2,02 sekunden das kommt natürlich dann auch zu der frage was sagt man überhaupt zu so einer app ich habe das ja auch schon gestern bei dem video gesehen von dem mustang da ist natürlich viel auch was soll das warum fließt da so viel geld rein wenn das natürlich diesen preis mit ausmacht würde ich auch sagen das hätte nicht notgetan es ist ein nettes gimmick dass man dazu setzt aber das sollte jetzt nicht das bestimmende sein weil das was ich mir viel mehr so zumindest als vater auch von kindern einem kind gewünschen würde wenn ich jetzt hier versuche diese kurve oder irgendwie zu fahren was natürlich überhaupt nicht geht aber das system mir irgendwie die kurve dann zurecht biegt ich weiß es nicht was die da machen guck mal da das nämlich man so ein b-modell mal ganz cool wäre also dieses lego prinzip noch mehr dargestellt würde oder diese apps dann eben vielleicht einem wirklich erlauben wird das auto zu tunen zu verändern mal zu probieren wann wird das auto schneller wenn es höher oder tiefer setzte weiter nach vorne im schwerpunkt setze sowas das wäre das lego prinzip und das wäre cool wenn das in so einer app zum beispiel dann irgendwie dargestellt werden könnte ich damit vielleicht auch durch dieses rumprobieren mein eigenes auto tunen und eben umbaue guck mal wieder plötzlich auf dem boden da einfach mal die straße sich verändert hat das haben wir mal im straßenverkehrt passieren da wird einem aber schwindelig ja aber das haben sie eben nicht also das kann man einmal nur dies hier bauen und dann könnte man theoretisch natürlich umbauen aber da lässt lego ein dann völlig alleine hier sehen wir noch ein bisschen ja bitte nutze das handy und hier sehen wir den vergleich guck mal wie schön diese spitze da oben ist also ja da haben sie dieses typische gebogene teil da vorne genommen jetzt und das finde ich kommt dem nicht so nahe das ist während farblich das schon passt aber der sieht schon noch ein bisschen bulliger aus auch wenn er finde ich na für mich zumindest deutlich interessanter aussieht als es eben der mustang ist was bringt uns das im fazit der doppel pullback motor ist nett mit dieser auslöse funktion die app ja kann man mal ausprobieren das ist jetzt kein total reinfall allem anschein nach braucht man aber auch nicht zwingend es sind verdammt viele viele sticker das ist ein grundprinzip und problem von solchen autos die eben auch mit vielen werbekunden geschmückt sind der preis ist einfach zu hoch also das ist dann dass das große problem wenn das und 30 auto euro auto wäre keiner würde sich beklagen würde sagen schön spaß modell da kommt es ja auch nicht auf der authentisch an beim mustang gestern war das große problem da hat man mustang erwartet ist aber keiner sondern nur ein bestickertes stundstandard auto ja wenn man sozusagen diese erwartungen hegt und pflegt bei 50 euro ist das erst recht so was ganz besonderes auch zu bekommen zumindest mittel besonders bei lego ja dann sollte man dann auch liefern und das ist eben nicht ganz der fall so cool so ein spaß modell vielleicht auch sein kann aber das korrekt korrekt dann eben auch mit ferngesteuerten autos die es in der preisregion schon gibt kann man dann nicht selber bauen okay aber hier ist ja auch nicht das lego prinzip bis zum ende dann gebracht worden obwohl das bauen tatsächlich mir spaß gemacht hat also das will ich auch nicht verhehlen ja was sagt ihr denn dazu schreibt gerne in die kommentare wir sehen und hören uns dann hoffentlich bald wieder und tschüss wir sehen uns dann noch mal wieder